Hallo und herzlich willkommen auf unserem Messestand auf der SPS IPC Drives 2017. Wir, die Firma Gnestel, sind auch dieses Jahr wieder mit einigen innovativen und neuen Produkten hier vertreten. Sie kennen uns vielleicht schon als zuverlässigen Partner im Bereich der kundenspezifischen Elektronik. Dabei verstehen wir uns als Lösungsanbieter, das heißt wir übernehmen für Sie die vollständige Entwicklung, die Produktion und auch die nachgegliederte Produktpflege. Ihr Vorteil, alles kommt aus einer Hand mit einem Ansprechpartner. Auch bezüglich des Preises einer kundenspezifischen Lösung nehmen wir Ihnen alle Sorgen ab. Immer wieder stellen wir fest, dass wir sogar einen deutlichen Preisverteil kreieren, da gegenüber einer Standardlösung nur die von Ihnen gewünschten Funktionen hart und softwareseitig realisiert werden. Unseren modularen Baukasten für kundenspezifische Frequenzumrichter, Servoregler und Antriebssteuerung kann ich Ihnen dabei sehr empfehlen. Nun stelle ich Ihnen ein Lösungsbeispiel aus dem Bereich der Sportmedizin vor. Hier handelt es sich um ein Leistungsanalysegerät, das im Mundstück und Armteil untergliedert ist. Im Mundstück befinden sich unter anderem Gassensoren für Sauerstoff und Polendioxid. Diese Sensordaten werden digital über RS-232 an das Armstück übertragen. Im Armstück befinden sich neben Akku auch die Steuerungselektronik, die auch die Sensordaten verarbeitet. Über Bluetooth werden die generierten Messdaten an die entsprechende App im Smartphone übertragen. Mit dieser App wird das Gerät auch zugleich bedient. Die App nutzt darüber hinaus eine verschlüsselte Cloud-Anbindung. Dadurch werden die Messdaten in wenigen Sekunden ausgewertet, Kennzahlen gebildet und schließlich zurück an das Smartphone übertragen. Diese Aufstellung zeigt, wie wir Ihr Produkt bzw. Ihre Produktidee im Sinne von IoT entwickeln und produzieren können. Damit ermöglichen wir es Ihnen, auch neue datenbasierte Geschäftsmodelle zu verwirklichen. Soweit zu dieser kurzen Vorstellung. Wir freuen uns auf Ihre spannende Anfrage.